mich schreiben viele leute an die mir sagen wenn man macht doch mal video dazu sag mal was dazu zu den zu den augenblicklichen vorfällen es gibt zwei dinge über die ich kurz dann informiere oder zumindest euch meine meinung mitteile ich da schlagen zwei herzen in meiner brust auf der einen seite kann ich mir solches solche dinge bei reiner vorstellen ja aber auch wieder nein ich weiß es nicht keiner weiß es es stehen ja wie sagt man vorwürfe im raum die nur aufgrund dessen bewiesen werden könnten dass ein dreijähriges mädchen sagt ja hat mich angefasst man weiß nicht wie wurde das mädchen gefragt man wurde wurde da irgendwie wie einfluss geübt ich keine ahnung auf der anderen seite sage ich aber auch wenn das jetzt meine tochter wäre und sie würde mir das so berichten dann würde ich gar nicht zweifeln es ist ein ganz ganz übles thema aber man muss auch immer daran denken es ist schwierig zu sagen solange keiner nichts bewiesen ist es jeder erst mal unschuldig bei so einer sache ist das schwierig da sind dann aber wieder gedanken im kopf vielleicht wollen die den loswerden dann sind die eltern mindestens mal naja auch sehr fragwürdig dass die sich so eine geschichte ausdenken die dann auf die tochter zurückgeht um reiner loszuwerden es könnte sein dass vielleicht irgendjemand anders sagt ja das der von sich ablenken will uwe vielleicht hat der ja auch was gemacht und lenkt das dann auf jemand an ich weiß es nicht wie gesagt kann ich mir vorstellen ich also wenn ein mensch so dermaßen trieb gesteuert ist wie halt eben unser ex youtuber kann man sich solche dinge vorstellen ich hoffe dass es nicht passiert ist ich hoffe dass niemand irgendwo irgendwann dieses mädchen berührt hat an ja also es ist da ich kann auch nur stammeln weil das thema ist welches ich weiß auch nicht hätte mir einer vor zwei jahren gesagt dass man sich mit sowas auseinandersetzen muss wenn man sich mit dem mit dem lord beschäftigt er die auch gesagt ich bin doch allerdings hat er auch schon in früheren jahren geschichtchen verfasst die sich ja schon um jüngere personen handelten drehten wo es sich um jüngere personen handelten ja ich würde sagen abwarten was dabei rauskommt anzeigen stehen im raum die mutter hat wohl angezeigt anzeige erstattet und angeblich hat er dann auch anzeige erstattet wegen falsch anzeige gott was da los ist kann es ja nicht ausdenken wer gerne in der nähe der guten alten schanze leben möchte kann das wohl tun auf schanzen watch broadcast kam gerade eine meldung ein dass ein haus zu verkaufen wäre und dass es sich bei diesem haus um das haus handelt welches rita also reiners mama per anzahlung versucht hat zu kaufen damals für 10.000 euro oder was das war dann schreiben die hat jemand lustig ein haus zu kaufen ein grundstück mit renovierungsbedürftigem wohnhaus steht zum verkauf vielleicht kennt der ein oder andere die adresse apropos adresse scheinbar in google maps falsch eingetragen im exposé aber richtig handelt es sich hier um die temporäre unterkunft von rainer für die rita angeblich 10.000 euro angezahlt hat ich packe euch den link rein zu allen möglichen dingen zum 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 schanzen überall packe ich euch die links rein ich werde jetzt sergio besuchen und danach carlos und dann schauen wir mal wie gesagt ich hoffe das stellt sich alles aus als 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 wirklich als als falsch aus was mich nervös macht ist weiß ich nicht wenn man die ton dokumente gehört hat wenn man dann sieht wie reiner sich da verhält also der hat ja auch schon wieder also ordentlich da vom leder gezogen als dann die 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 dorf jugend die dorf naja als die ihn dann zur rede stellen wollten hat er da schon wieder ordentlich raushängen lassen ich weiß es nicht ich kann es euch nicht ich kann es euch nicht beantworten keiner kann das ich hoffe erst ich gehe erst mal davon aus dass das falsch ist dass er es nicht getan hat was soll ich dazu sagen ich wünsche euch einen guten tag und ja passt auf euch auf tschüss und 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 Vielen Dank.